Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Ringworld Biotech. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter mit diesen zwei Bauteilen. Ich möchte hier noch ein bisschen fertig bauen, jetzt mal die ganzen Ressourcen noch mitnehmen. Steinchen sollten wir genug haben dafür. Ansonsten haben wir ja die Mikroelektronik, glaube ich, erforscht. Das liefert uns einen Haufen neue Möglichkeiten. Unter anderem die großen Forschungstische, die wir natürlich errichten möchten. Mit einem schönen Sesselchen davor. An was wird jetzt gerade geforscht? Ah ja, Biosprit, das ist sehr, sehr gut. Aber das heißt jetzt auch, im Umkehrschluss, wir können wieder neue Gebäude bauen, ne? Ah ne, können wir nicht. Noch nicht. Ne, einen Schmelzofen können wir theoretisch bauen. Jetzt können wir definitiv ein neues Gebäude bauen. Aha. Jetzt können wir nämlich hier... Ich überlege gerade, wie wir das machen. Wenn wir das hier... Ist ein bisschen eng, ne? Okay. Kommen wir hier oben? Ja, theoretisch kannst du hier oben rumlaufen. Dann mache ich nämlich hier... ...ne kleine Erweiterung. Dann haben wir da ein bisschen mehr Platz für den Biosprit. Oder für was anderes. Wir können ja den Biosprit... ...erst mal auch woanders... ...obwohl, dann geht es sich vielleicht nicht aus, ne? Ich möchte bei den einen... ...bei den Gebäuden, die ich habe, möchte ich eigentlich bleiben. Mhm. Das heißt, wir graben jetzt hier erst mal... ...graben jetzt hier erst mal so rein. Ja. Obwohl, wir können das auch ein bisschen in die Länge ziehen. Ah, sieht auch doof aus, ne? Machen wir es so. Wir könnten uns ja theoretisch... ...erst mal hier... ...den Durchbruch... ...hinsetzen. Dann... ...bauen wir das Ganze auf hier. Bobby... Äh... Wolfi, meine ich, macht das schon. Wolfi kriegt das schon hin. Der weiß, wie der Hase läuft hier. Wenn er nicht schläft. Gerade. Ich frage mich gerade. Können wir... ...den eigentlich... ...einfach... ...betäuben... ...bis die Sucht weg ist, theoretisch? Die Idee ist mir gerade so gekommen... ...dass wir die Person einfach narkotisieren... ...bis... ...bis diese Sucht weg ist. Wir haben hier außerdem nackten... ...Dings noch herumlaufen. Das ist auch nicht so geil. Pando hat nur einen Hut auf. Er ist der nackte Cowboy. Der nackte Cowboy. Ähm... ...ja... ...ich glaube, das Problem ist gerade... ...dass wir keinen Teufelsgarn haben. Ja, da musst du warten jetzt, ne? Oh, haben wir aus Stahl gebaut. Upsi. Gut. Könnte theoretisch schon alles aufgebaut werden... ...wenn sie den Böcke hätten. ...und nicht alles komplett durcheinander machen würden. Oh, hier brauchen wir dann Strom, ne? Ich meine, wir haben schon, aber... Ich mache das mal rundherum, weil wer weiß, was wir hier noch hinzuhalten. ...unbauen vielleicht eines Tages. So. Ich überlege gerade, wie weit wir hier noch gehen. Ich finde, so ein bisschen können wir schon noch machen, oder? Gehen wir noch... Gehen wir bis hier hin. Hier machen wir zu. Jawohl, Schmieden. Ah, jetzt geht's richtig... ...jetzt geht's richtig schön und schnell voran, ne? Das ist toll. Okay, pass auf. Bevor wir aber jetzt irgendwas machen... ...wir brauchen Batterien. So, erst mal die Batterien. ...und dann... ...hätte ich gerne wieder die Solarmodule. Das sollte jetzt... ...oberste Priorität haben, damit wir... ...den Mist wieder einspeichern können. Und dann gehen wir Richtung Artillerie. Platter schickt Stahl. Wunderbar. Hier ist der Bot fertig. Schwups. Warte mal. Hier brauchen wir nicht. Hier brauchen wir nicht. Du Wicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall Steinchen. Wir haben nämlich keine mehr. Dann lass doch... ...lass doch mal die hier alle abholen. Die Lastenheber machen das schon. Und deswegen wollte ich die betäuben. Dauerhaft. Damit das eben nicht passiert. Bobby. Hau hier eine mit dem Hammer drauf. Sehr gut, Bobby. Prima gemacht. Das ist halt dieser blöde Mechanitenentzug, ne? Oh, Bobby hat... Ah ja, Bobby hat Psyling. Klar. Haben wir ja schon geklärt. Ah, deswegen würde ich die gerne dauerhaft betäubt haben. Damit dieser Entzug weg geht. Oh, प oleeta Anybody? Versteigen Sie. Dauerlich. Oh. 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 Ja, das sieht glaube ich ganz gut aus Hier kann man dann noch ausbuddeln Das hier kommt noch weg Dann machen wir dann schöne Sandsteinwände Ich lasse jetzt hier erstmal noch frei Damit die hier raus können Huch Sag mal Ach weißt du was Ich mach noch eine Schicht hin Zur Absicherung Ja, man weiß nie Man weiß nie was passiert Oh, warte, dann muss das hier noch weg Oh, oh Oh, oh Der Todeshase Oh, oh Pando, du willst da nicht raus Oh, Hightech-Bauteile Nice Glaub mir, Pando Du möchtest nicht Oha Jetzt kommt wieder alles auf einmal Ja gut, aber Ähm Hunde Alter Äh Äh Okay Leute, wir verstecken uns Lass sie gehen Was nehmen die da mit? Ein Waschbären-Toten Cool Okay Sneak-Attack, Leute Sneak-Attack Auf den Waschbären Los Der klaut uns das Skelett Das Wieseschwein Das ist mein Skelett Ah Er entkommt Schade Ah Mann Miese Schweinepriester Achso, der Hase Wo ist der eigentlich? Ist der Ah Da Da ist der Hase Er ist gut Schade Yay Batterien Find ich gut Was brauchen wir für Bessere Batterien Was brauchen wir für die Für die Hightech-Batterien Okay Da brauchen wir ein bisschen mehr Gut Ah, Hauptsache Wir haben Batterien Ja, das ist das Was zählt Machen wir hier mal Große Batterien rein Man muss das hier Leider wieder weichen Äh Ich weiß überhaupt nicht Wo ich die hinpacken Soll Die blöden Gegenstände Machen wir hier hin Die blöden Die blöden Wenn wir das Zeug hier endlich verarbeiten können, ne? Dann wird's deutlich leichter. So. Wir brauchen Regale, Regale, Regale. Ja, das sieht doch ganz nice aus. Handelsmesse. Ja, ich hab leider keine Zeit. Ich muss hier eine neue Stromversorgung aufbauen. Aus heiliger Solarenergie. Oh, Moment. Das dauert jetzt eh wieder drei Jahre, bis wir dann mal die ganzen Solarpanels aufgestellt haben. Das dauert ja hier schon wieder ewig. So. Neutroglycerin kommt hier rein. Und äh, nicht Kraftstoff. Treibstoff? Nee. Benzin? Nee. Weiß ich jetzt nicht. Gerade hergestellt. Das sind ja keine Drogen, sondern... Ach, Spritz. Hm. Ja, wär jetzt doch ganz cool, wenn hier am Sandstein noch gearbeitet werden würde, ne? Das wär ganz nett. Das würde ich, würde ich sehr freundlich finden. So. Einstellung kopieren. Einstellung reinfügen. Ach so, das blaue Gel haben wir ja theoretisch auch noch. Ja, das kommt dann danach. Ich fühl mich sehr unwohl damit. Macht jetzt hier. Oh yeah, wir haben eine Batterie. Müssen wir nur noch ans Stromnetz anschließen. Und dann passt das. Yes. Die Erneuerbaren sind da. Hurra, hurra. Und damit uns nicht immer das ganze Stromnetz zusammenbricht, sobald wir einen Generator entfernen, machen wir hier mal Verbindungen. So. Standard ist eh gerade unterwegs. dann soll der doch mal kurz hier schwupps dann ist hier nämlich jetzt zu dann fühle ich mich deutlich sicherer das war so eine so eine sache ich weiß nicht ich habe mich da nicht sicher gefühlt als sie die ganze zeit offen war aber jetzt passt das so einfügen einfügen ja das wird der medizin haut so auch nicht hin damit mit dem dix hier unten es wird es wird definitiv wege geben nut ist gut was nut macht mut hast du keinen loot brennt dir der hut ja nein das ist kein livestream meine lieben das ist eine normale aufnahme aber danke schön ja danke vielen dank natürlich habe ich meine alerts an während ich strebe nicht während ich hier aufnehme ja ist doch toll schön danke schönen gruß schönen gruß an dich ich hoffe dir geht's gut wir werden überfallen der geht auf dich wir töten die in deinem namen so müssen noch ein sicherheitsgebiet einrichten bevor wir die hier erledigen diesmal kein safety dance diesmal diesmal ganz nüchtern sicherheit einmal hier einmal hier einmal hier das ist auch ein ganz schön großer raid das könnte interessant werden bin ich sehr gespannt drauf ob unser labyrinth der vernichtung das gewuppt bekommt naja es sind mache ich mir jetzt nicht so viele sorgen sind nur ein paar eingeborene die kommen durch habe ich noch waffen für die zwei für bobby ja bobby bewaffne dich mal und pando pando ist nahkämpfer oh das ist bio kodiert ok schrotflinte hätte ich noch im angebot aber die sind irgendwie nicht so cool die schrotflinten ne ey lass die botze in ruhe ihr miesen kleinen mist schweine ha 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 ihr werdet jetzt abgefackelt wir fackeln euch ab brennt könnte mal sich jemand vielleicht um die nase hier kümmern abgefackelt und ich ne sind die sind die 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 Wir lassen niemanden am Leben So muss das und nicht anders So, schauen wir uns mal an, was hier so ist Als erstes muss aber unser Beheboth gerettet werden Och, der Arme Tot in sieben Stunden Okay, schauen wir mal ganz kurz Babelo Oh, der ist nicht schlecht Aber kein Kämpfer Hier unten liegt, glaube ich, auch noch einer, oder? Ne, hier sind alle tot Okay, hat uns leider nichts gebracht, glaube ich Könnte sich mal eventuell Jemand um das Tierchen kümmern Achso, es kümmert sich schon jemand Das Vieh müsste geheilt werden, Leute Es stirbt sonst So, jetzt behandeln Akuma, los Schnell Er darf nicht sterben Das ist eine ganz große OP hier Gut, die haben aber auch zu hundertst auf den eingeprügelt, ne? Das war Das war schon sehr wild Boah, das dauert lange Alter, Schwede Und wir haben auch ein bisschen drauf geschossen Versehentlich Ja, das war keine Absicht So, Bobby Mach mal zum Feuerteufel Immer noch vier Stunden, Alter Ah, jetzt fünf Jetzt geht's hoch Endlich Haha So langsam kriegen wir ihn zusammen geflickt Jawohl Jawohl Ist aus dem Schneider jetzt Wird sich erholen Ah, die halten schon gut was aus auch, ne? So, hier machen wir wieder unbegrenzt Und dann passt das wieder Mehr oder weniger Mech-Reparatur steht noch an Äh, wo liegt der denn? Der war doch Wo liegt der denn? Ach, da Konnte sich noch retten Okay Trotzdem gleich reparieren Der ist eh schon beim Aufladen Alles wieder gut In diesem Sinne Sage ich Dankeschön fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bis morgen Ciao Bis morgen 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 Bis morgen